Wiedergeborene Christin und Selbstmord. Was sagt die Bibel dazu? Es gibt keine explizite Theologie über Selbstmord in der Bibel, dennoch kann man einiges ableiten. Selbstmord ist natürlich eine absolut verwerfliche Tat aus folgenden Gründen. Erstens, Gott ist als Schöpfer und Geber des Lebens, der Herr des Lebens und er bestimmt letztlich unser Geburts- und Sterbedatum und auch auf welche Art und Weise der wiedergeborene Christ stirbt. Er führt die Umstände herbei oder lässt sie zumindest zu. Zweitens, es gilt natürlich das moralische Prinzip, du sollst nicht töten. Das schließt Selbstmord definitiv mit ein, denn das ist auch Töten, nämlich die Selbsttötung. Drittens, bei Selbstmord wird der Körper des Menschen gewaltsam zerstört, um so den körperlichen Tod herbeizuführen. Beim körperlichen Tod trennt sich der Körper von der Seele und dem menschlichen Geist. Es wird also gewaltsam geteilt, was Gott zusammengeführt hat, nämlich die menschliche Trichotomie, bestehend aus Geist, Seele und Leib. Und der Körper, der Leib ist auch der Tempel des Heiligen Geistes bei einem wiedergeborenen Christ. Und diesen sollten wir nicht zerstören, sondern mit dem sollten wir verantwortungsvoll umgehen. Was gibt es noch zu sagen? Selbstmord hat keinen Einfluss auf die ewige Errettung, führt also nicht zum Verlust der ewigen Errettung, denn keine Sünde kann zum Verlust der Errettung führen. Dazu verlinke ich eine Playlist, die Unverlierbarkeit der Errettung. In der Bibel gibt es einige Beispiele von Selbstmördern, das sind aber allerdings alles Ungläubige und böse Menschen, bis auf Simson. Dieser beging ein Selbstmordattentat, das hat einen völlig anderen Charakter, aber auch das war nicht in Beeinstimmung mit dem Plan Gottes. In Bezug auf die Gläubigen gibt es Beispiele von Gläubigen, die lebensmüde sind aus unterschiedlichen Gründen. Und natürlich können wiedergeborene Christen lebensmüde sein, weil sie in einer Lebenskrise sind, weil sie psychische Krankheiten haben oder in einer Glaubenskrise sind. Dann braucht der wiedergeborene Christ die Seelsorge von Gott, aber auch unter Umständen professionelle Seelsorge von gläubigen Psychologen und auch Seelsorge von Glaubensgeschwistern.